Guten Morgen und herzlich willkommen auf der KI Campus Stage. Ich bin Andrea Thielow und ich freue mich sehr, Sie heute durch den Tag begleiten zu dürfen. Und da sich beim University Future Festival alles um das Thema Zukunft der akademischen Bildung dreht, darf natürlich das Thema Künstliche Intelligenz nicht fehlen als eines der ganz großen verändernden Technologiethemen. Wir wollen mit Ihnen heute auf dem KI Campus hier auf dieser Stage alles Mögliche diskutieren und zwar im Kern, welche Schlüsselrolle die Hochschulen in diesem rasanten Veränderungsprozess einnehmen. Wir werden fragen, was müssen Studierende oder sollten Studierende über KI lernen, um fit für die Zukunft zu sein? Wir wollen fragen, was bedeutet das für das jeweilige Fach und die Lehrenden und wie nehmen wir die Lehrenden mit? Wie können wir KI als Tool nutzen, um Lern- und Lehrerfahrungen zu verbessern? Dazu haben wir zahlreich eingeladen und zwar Hochschullehrende, WissenschaftlerInnen, Studierende sind auch mit dabei, VertreterInnen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Und Sie werden auf dieser Stage nicht nur in zahlreichen Keynotes und Vorträgen, sondern auch in Panels dazu Stellung nehmen, was Ihre Ideen und Positionen sind. Und wir werden mit Ihnen zahlreich, mit Ihnen meine ich damit jetzt in diesem Sinne wirklich persönlich, zahlreich in den offenen Austausch kommen. Das tun wir selbstverständlich über ein Digital-Tool von den Buttons, die Sie da oben sehen, rechts auf der Seite im Stream. Nutzen Sie bitte den Chat, um all Ihre Fragen oder auch ko-kreativen Gedanken oder gegebenenfalls auch weiterführende Links oder dergleichen mit uns zu teilen. Und wo wir schon beim Thema Teilen sind, wir wären nicht der KI-Campus, wenn wir nicht hinweisen würden auf die Hashtags, die wir zur Verfügung haben, als da wären UF-Festival und selbstverständlich der Hashtag KI-Campus. Wenn es Ihnen gefällt und Sie es erleuchtend finden, erzählen Sie es da draußen gerne weiter. Das ist jetzt, glaube ich, ein geeigneter Moment, um Ihnen Dr. Aljoscha Burchardt vorzustellen. Seine Visitenkarte ist lang, ich mache es ganz kurz. Er ist ein ausgewiesener KI-Experte, wir kennen uns lange, deswegen duzen wir uns. Ich freue mich sehr, dass du heute mein hochgeschätzter Co-Moderator bist. Ja, und ich mich erst. Ja, und er wird nämlich der Mann im Chat sein. Für all das, was von Ihnen im Chat kommt, wird er die interessantesten oder die spannendsten oder die zuvordersten Fragen raussuchen, um sie uns hier auf die Bühne zu spielen. In den Zeitfenstern, die wir dafür haben, sind in der Regel um die zehn Minuten. Ich freue mich sehr, dich gleich hier wiederzusehen. Und der zweite gute Moment ist es jetzt, um Ihnen Florian Rampelt vorzustellen, in seiner Funktion als Gastgeber heute selbstverständlich. Er ist der Geschäftsstellenleiter des KI Campus, der besagten Lernplattform für künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, lieber Florian. Danke, guten Morgen. Ich überlasse dir die Bühne jetzt für fünf Minuten und danach gehen wir noch ein bisschen im Gespräch in Medias Rees. Ja, danke, Andrea. Es freut mich sehr, für den KI Campus hier heute auch mit die Begrüßung und Eröffnung vornehmen zu dürfen. Im Programm stand, glaube ich, einfach nur der Titel Opening KI Campus Stage. Ich dachte mir, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, habe ich meine kurze Eröffnung unter ein Motto gestellt. Und das Motto ist ein Plädoyer für vielfältige Formate, konsequente Offenheit und mutige Kooperationen. Das ist der Grund, warum wir als KI Campus kooperieren mit dem Hochschulforum Digitalisierung, mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre und warum wir glauben, dass wir nur gemeinsam KI-Kompetenzen stärken können. Wir richten diese Stage, diese Bühne hier heute aus, basierend auf einer Vision, die alle teilen, die mit uns gemeinsam die Zukunft der Bildung, die Zukunft der Hochschulbildung gestalten wollen. Die Vision einer KI-Kompetenten, vielleicht auch einer KI-Kompetenteren Gesellschaft. Der Beitrag, den der KI Campus dazu im Kern leistet, ist eine offene Lernplattform für künstliche Intelligenz. Die will ich gar nicht im Detail hier ausführen. Ich würde einfach nur vorschlagen, man kann das auch im Chat posten. Schaut dort vorbei, klickt euch hinein. Es ist eine sehr spannende Lernplattform geworden, die der KI Campus entwickelt hat, die viele Partner gemeinsam entwickelt haben mit großzügiger Unterstützung und Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bevor wir aber überhaupt gestartet sind in die Frage, wie kann man eigentlich KI-Kompetenzen stärken, wie kann man die Zukunft der digitalen Bildung gestalten durch eine weitere Lernplattform, haben wir uns als KI Campus und mit unseren Partnern zusammengesetzt und gesagt, für mutige Kooperationen braucht es auch klare Leitsprinzipien. Und das ist mein erstes weiteres Plädoyer für den heutigen Tag. Alles, worüber wir sprechen, sollte auch ein sehr bewusstes Wertefundament haben, das einen mündigen Umgang mit digitalen Technologien und KI-basierten Technologien prägt. Ich möchte zwei dieser Leitprinzipien, die das Wertefundament des KI Campus darstellen, kurz hervorheben. Das eine ist die Kooperationsorientierung. Der Stifterverband, das ist der Hut, den ich im Hintergrund aufhabe, ist eine Gemeinschaftsinitiative seit über 100 Jahren. Und wir haben damals gelernt, genauso wie wir 2021 weiterhin wissen, alleine können wir die Zukunft der Bildung nicht gestalten. Und deswegen brauchen alle Initiativen, an denen wir arbeiten, eine Offenheit im Umgang miteinander, eine Kooperationsorientierung und im digitalen Raum auch Aspekte wie eine klare Interoperabilität, um nicht weitere Closed Boxes und Elfenbeintürme zu schaffen. Und das ist eng verbunden mit dem anderen Primat, dem Primat der Offenheit in allem, was wir tun. Wenn man gefördert wird, wenn man unterstützt wird durch die öffentliche Hand, wenn man einen Beitrag leisten will zur Gestaltung des Bildungssystems in Deutschland und Europa, dann sollte Offenheit noch viel mehr als bisher ein Prinzip sein, das unsere Arbeit prägt. Deswegen sind alle Lernangebote offen, lizenziert, an denen wir als KI Campus arbeiten. Wir werden heute auf der Bühne auch noch KI Campus Fellows hören, die das nutzen. Wir werden Beitragende hören, die selbst eigene OER-Produkte entwickeln. Und gleichzeitig arbeiten wir auch daran, immer mehr digitale Bildung durch Open Source-Technologien gestalten zu können. Ganz kurz zur Kontextualisierung zum aktuellen Stand des KI Campus in seiner Beta-Phase. Der KI Campus hat über 20.000 Lernende, die wir auch als Lernende bezeichnen würden, erreicht. Über 140.000 Zugriffe alleine im Jahr 2021, über 300.000 über YouTube. Über YouTube glauben wir nämlich zum Beispiel auch, einen Zugang zu ermöglichen, der ein anderer ist als in der Institution Hochschule. Wenn wir die breite Gesellschaft erreichen wollen zu KI-Themen, brauchen wir vielfältige Formate für vielfältige Lernende. Und das beginnt bei einem niedrigschwelligen, kurzen Video oder Podcast. Das geht über das, was ich als Herz von KI in der Hochschulbildung beschreibe. Das geht hin zu Online-Kursen, wie wir sie kennen, bis hin zu zukunftsfähigen Zertifikaten und Qualifizierungswegen. Ich bin sehr stolz, dass wir heute auf der KI Campus Stage, aber auch im umfassenden Programm des University Future Festivals eine Vielfalt der gemeinsamen Gestaltung von digitaler Hochschulbildung sehen werden, die auch viel mit OEA-Entwicklungen zu tun hat, so wie wir sie im KI Campus bereits deutschlandweit realisieren. Die Hochschulen in Deutschland sind bereit, bundesweit zu kooperieren, Europa mitzuprägen und ich glaube, die Landkarten, die wir hier auch für das Festival aufzeigen können, zeigen, dass auch wenn wir hier in Berlin sind, wir in dieser hybriden Veranstaltung tatsächlich gemeinsam über Grenzen hinweg die Zukunft von Bildung gestalten. Das möchte ich zusammenfassen unter drei zentralen Kernbotschaften, die gleich auch die Grundlage meiner kurzen Diskussion mit Andrea darstellen werden. Ich möchte euch und Sie alle dazu ermutigen, immer dem Anspruch zu folgen, dass KI-Kompetenzen nicht zum Privileg für wenige werden dürfen. Wir müssen akademisch geprägt neue Formate erproben, die auch einfach mal niedrigschwellig sind und einen Einstieg ermöglichen für die, die vielleicht noch Berührungsängste mit KI-Themen haben. Wir müssen gleichzeitig uns öfter trauen zu kopieren. Offenheit ist für mich ein zentrales Prinzip einer nachhaltigen Gestaltung von Bildungsansätzen. Und das, was auch das University Future Festival insgesamt prägt und unsere Bühne heute, ist die Gemeinsamkeit. Die Partnerschaften, die wir brauchen, um stärker zu sein in der Umsetzung dessen, was wir als Zukunft einer lernenden Orientierung und Bildung begreifen. Ich freue mich sehr darauf, dass wir das heute gemeinsam angehen und dass wir heute so viele spannende Beiträge hören werden dazu, welche Ideen andere bereit sind, mit uns und Ihnen zu teilen, um gemeinsam den einen oder anderen Schritt voranzukommen. So viel als Impuls für den Anfang. Vielen lieben Dank, Florian. Dem Applaus möchte ich auf keinen Fall im Wege stehen, während wir hier analog in Sicherheitsabstand verbunden sind. Wenn das kein flammender Auftakt war. Ich möchte bei einem Wort erst mal nachfragen, bevor wir dann weitergehen. Mündiger Umgang mit KI. Was ist für dich mündiger Umgang mit KI? Mündiger Umgang bedeutet für mich, dass ich als Individuum eine Selbstwirksamkeit empfinde in der Auseinandersetzung mit digitalen Technologien. Das bedeutet, ich brauche eine Wissens-, eine Informationsbasis. Ich muss besser verstehen können, was zum Beispiel Alexa in meinem Wohnzimmer eigentlich macht, wie Datenströme, die darauf basieren, erfolgen. Und ich muss Entscheidungen treffen können. Mündigkeit ist für mich die Kompetenz, Entscheidungen zu treffen, basierend auf einem Wissensfundament, das ich zum Beispiel mit dem KI-Campus erwerben konnte. Wir haben es an der Folie gesehen, wie zahlreich ihr wohin wirkt. Ich möchte zu den Partnerschaften zurückkommen. Ihr habt, soweit ich richtig informiert bin, über 50 Partnerinstitutionen, Partner und Partnerinnen. Wie fruchtbar ist das? Was bringt das? Und wer verbirgt sich alles dahinter? Also unser Auftrag ist im Kern, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten. Wir werden gefördert durch das Referat für Studium und Lehre im BMBF. Und deswegen ist unser Kernanspruch, Hochschulakteure zu erreichen. Da gibt es nämlich auch immer noch viel zu tun. Wir haben aber gesagt, wir sind eine Lernplattform des lebenslangen Lernens. Und das bedeutet, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Wir arbeiten deswegen in der Mehrheit mit Hochschulen und Universitäten zusammen, aber auch mit spannenden Initiativen wie den jungen Tüftlern, einem kleinen Unternehmen aus Berlin oder der Mach AG, einem großen Unternehmen aus Schleswig-Holstein oder der Unternehmertum-Initiative, eine Initiative für die Verknüpfung von Entrepreneurship, KI-basierten Themen von Wissenschaft und Wirtschaft in Bayern. Ich knüpfe da bei dem letzten Punkt an, weil wir das Thema Entrepreneurship schon in die Hochschule bringen, nachher mit Tina Klüger diskutieren werden. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Also nur ein Spoiler-Moment für das, was ihr heute erwartet. Ich möchte mal zum KI-Bedarf in der Wirtschaft kommen. Wir haben einen massiven Besetzungsbedarf in Deutschland. Fünfstellige Zahlen von Leuten, die wir nicht besetzen können. Der globale Wettbewerb darum, China etc. ist unglaublich. Was tut ihr mit dem KI-Kompus, um genau dem entgegenzuwirken? Also es gibt, glaube ich, hier zwei Aspekte. Einen Aspekt habe ich gerade auch kurz mit aufgezeigt. Ich glaube, oft ist es notwendig, erst einmal zu begeistern, einen Einstieg zu ermöglichen, Unsicherheiten abzubauen, dass ich zum Beispiel als Medizinerin und Mediziner, wenn meine Patientin immer öfter mit einem Handy in der Hand in die Praxis kommt und sagt, Ada Health hat aber bereits gesagt, dass ich diese und jene Krankheit habe, basierend auf meiner Symptomatik, damit umzugehen. Also ein niedrigschwelliger Einstieg zum Beispiel über eine Podcast-Reihe. Und dieser Einstieg ermöglicht dann auch den Mut, eine Weiterbildung zu machen und so weiter. Was aber gleichzeitig auch auf einer viel höheren Ebene notwendig ist, ist, dass wir Themen wie Automated Machine Learning angehen. Wir haben einen Fachkräftemangel bei den hochspezialisierten Berufen und diese müssen wir genauso angehen. Und das machen wir, indem wir die klügsten Köpfe Deutschlands zusammenbringen, die bereit sind, offen ihr Wissen zu teilen, um anderen diese Kompetenzen zu ermöglichen, die tatsächlich auch spezialisiert den Einstieg in spezialisierte Berufe ermöglichen. Lass uns mal kurz das Thema Geschwindigkeit streifen. Also ich will mich jetzt nicht negativ über die Geschwindigkeit der Entwicklung von Hochschulbildung äußern, gar nicht, aber wenn ich mir die Parallelität der Geschwindigkeit angucke, KI, wir haben Quantum Computing etc. Wir haben unglaubliche Entwicklungen im digitalen Bereich. Auf der anderen Seite haben wir eine Lehre, die versucht, sich auch in die Zukunft zu transformieren, aber in eine andere Geschwindigkeit. Wie kann das überhaupt zusammengehen, dass, wenn ihr heute Veränderungen anstiftet, dass die nicht übermorgen aus technischer Sicht schon wieder hinfällig ist? Also ich glaube, das ist ja gerade der Vorteil des Digitalen. Ich sage immer, blended learning is the better online learning. Was das Digitale beitragen kann, sind Formate, die schnell anpassbar und veränderbar sind. Das heißt, das, was ich heute entwickelt habe, kann ich zum Beispiel in einem Online-Kurs sehr, sehr schnell morgen auch schon wieder anpassen. Dafür braucht es Iterationsschleifen, die wir natürlich angehen. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, zum Beispiel in Hochschulkurricula Möglichkeiten, Freiräume zu schaffen. Das schafft man in Wahlpflichtbereichen oder anderen Möglichkeiten. Ich sage auch immer, der KI-Campus will mit seinen Online-Kursen nicht das Studium ersetzen. Er will es ergänzen, sodass die Professorin an der Universität in Berlin in diesem Jahr sagen kann, KI und Leadership von meinem Kollegen Nils Pinkwart, großartiger Kurs. Für die nächsten zwei Semester werde ich diesen im Wahlpflichtbereich integrieren. Und ein Jahr später ist es schon ein anderer Kurs, weil man sagt, das KI-Thema, das das Modul darstellt, hat eben eine Aktualisierung erfahren und das macht überhaupt nichts, weil ich im Rahmen meines Curriculums diese Möglichkeiten schon geschaffen habe. Flexibilität ist hier das zentrale Stichwort. Und kurz mal sozusagen die other side of the coin. Wenn wir über die dicken Bretter, wenn wir über Veränderungen in Hochschule, Hochschullandschaft, Curricula etc., Freiräume, riesiges Thema, Zeit, Kampf um Zeit etc., wenn wir darüber reden, was sind die wirklich dicken Bretter, wo ihr eure Schrauben rein drehen wollt? Zertifikate. Ganz klar, Zertifikate. Wir glauben, ich habe das auch quasi, es geht vom kleinen Video über den Kurs bis hin zum innovativen Zertifikat, zum Micro-Degree, zu neuen Qualifizierungswegen. Ich glaube, das statische Studium, Bachelor, Master, diese Struktur, die ist eben dieser Dynamik, die du schon angesprochen hast, wird die nicht mehr gerecht. Und das wird vermutlich noch ein paar Jahre dauern, so 20, 30 ist die Perspektive. Aber auch hier geht es um den Mut, jetzt mal eine Micro-Degree auszuprobieren und man kann da vielleicht auch ein, zwei Mal einfach gegen die Wand fahren, aber man hat es probiert und dann hat man ein solides Konzept für die Zukunft und dieses Ausprobieren, auch der Mut, mal zu scheitern bei solchen Themen, das ist das, was wir versuchen zu überkommen mit unseren Partnern. Also in deinem Auftritt hier auf der Bühne in den ersten 20 Minuten vermittelst du eine Menge Führungsqualitäten, bist aber selber im Kern kein KI-Experte. Mich würde interessieren, was dich mehr interessiert, interessiert dich mehr KI als Tool einzusetzen, beispielsweise um Lernenden bessere individualisierte Lerneffekte etc. zu ermöglichen oder eher das Thema KI als Lehrinhalt an sich. Was findest du reizvoller? Ganz persönlich gefragt. Also zwei Aspekte, ich bin vielleicht vom Hintergrund, von der Ausbildung her unter anderem auch Hauptschullehrer und da ist es für mich, kann nicht Automated Machine Learning das Thema sein, sondern eben zum Beispiel die Frage, welche Grenzen müssen auch dem Einsatz von KI-Technologien, von Individualisierung und so weiter gesetzt werden aus pädagogischer Perspektive. Das ist das, was mich interessiert in der Auseinandersetzung mit KI als Methode, die Frage der Möglichkeiten, um Zugänge zu schaffen, aber auch die Frage der Grenzen. Mein Schwerpunkt ist aber die Offenheit von Lernangeboten. Das heißt, Inhalte zu vermitteln, die auf unterschiedlichen Niveaus unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Das ist das, was mich antreibt. Offene Bildung und ganz schwerpunktmäßig im Kontext des KI-Campus Themen wie Datenkompetenzen, Data Literacy, weil ich glaube, das Datenfundament von KI ist ein Fundament, das wir überhaupt oft erst schaffen müssen, bevor wir uns vertieft mit KI-basierten Technologien auseinandersetzen können. Kurz zum Lehrpersonal, zu Lehrenden und den möglichen Berührungsängsten an der Stelle. Was sind die wichtigsten, Tools ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber was sind die wichtigsten Momenti, um da Berührungsängsten entgegenzuwirken? Wie macht ihr das? Also wir schaffen Communities. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir niedrigschwellige Programme schaffen. Ich habe gerade jetzt vor der Bühne noch mit zwei Fellows gesprochen, die heute auch noch auf der Bühne sein werden, ist, glaube ich, gemeinsam den Austausch darzuschaffen, was Möglichkeiten und Grenzen sind mit Lehrenden, sie begleiten, weil es kann nicht der Anspruch sein zu glauben, wir schnipsen einmal und dann funktioniert es, sondern auch hier brauchen wir das Miteinander, um gemeinsam immer wieder uns gegenseitig zu unterstützen und zu reflektieren, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, wie können wir das gemeinsam entwickeln. Auch hier, glaube ich, braucht es noch ein disruptives Moment in der Hochschullandschaft und dafür ist das oft auch prägend. Das Disruptive des, es ist nicht mein Vorlesungssaal, sondern es ist meine akademische Community, mit der ich gemeinsam meine Lehre zukunftsfähig entwickle, zum Beispiel zum Thema. Ja gut, aber ich meine, um mal ganz kurz apropos dickes Brett da zu bleiben, das ist ja ein krasser Mindset-Change, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also, ich will nicht sagen, dass ich als Hauptfachlehrender oder was auch immer, das hat ja bisher vielleicht keine ganz untergeordnete Rolle gespielt. Wie schafft man es wirklich, in diese Community denke und auch diese veränderte Kultur zu kommen? Also, ich habe auch lange Zeit im Hochschulforum Digitalisierung Hochschulleitungen strategisch begleitet bei der Entwicklung ihrer Strategien zur Digitalisierung im Studium und Lehre. Das sind zentrale Aspekte, natürlich auch Anreize zu schaffen. Man muss für ein Mindset auch Anreize schaffen, das ist nicht nur monetär gemeint, Freiräume, Lehrfreisemester, nicht nur Forschungsfreisemester. Man muss die Wertigkeit der Lehre stärken und man muss auch eine Kommunikation in der Institution Hochschule schaffen, die Lehrenden das Gefühl gibt, auch mutig Neues probieren zu können. Das ist oft, scheitert das schon in der Einzelinstitution. Also, ich habe hier immer ein flammendes Plädoyer für die Community, aber in der Institution muss man ganz klar beginnen. Da haben wir ganz klar oft, das würde ich auch sagen, noch viel zu viele Befindlichkeiten, noch ein System, das viel zu stark durch eine Abgrenzung in der akademischen Exzellenz geprägt ist und das noch viel mehr in der Institution Hochschule durch das Miteinander und auch die Fehlertoleranz im Miteinander geprägt sein kann. Obwohl, da, wenn wir von dieser Kultur sprechen, gut, dass wir heute Studierende auch auf dem Panel haben. Wie sehr erhoffst du dir dort auch Vitaminspritzen für Veränderungen, bottom-up? Oder nicht nur erhoffst du, sondern wie sehr setzt ihr darauf in euren Konsortien zur Veränderung, dass die Beteiligung von Studierenden wirklich systemisch organisiert wird? Nicht so als nice to have, sondern... Ja, wir haben ja die Digital Changemaker im Hochschulforum Digitalisierung, die auch auf dem UF immer wieder präsent sein werden. Die habe ich damals initiiert, 2018, weil ich selbst aus dem studentischen Engagement herauskam. Das ist absolut notwendig. Deswegen haben wir es heute auch hier im Raum, auch in unserem Beirat in der studentischen Vertretung und wir sagen auch immer, liebe Hochschulen, hört auf mit euren formalen Gremiensitzungen, die auch nicht attraktiv sind für viele Studierende. Öffnet euch auch hier. Es ist nicht nur die Bereitschaft zu beteiligen, es ist auch die Art zu beteiligen. Da sind wir wieder bei den vielfältigen Formaten für vielfältige Zielgruppen und ich glaube, dass wir da immer wieder auch mit dem KI-Campus das schaffen, eben durch niedrigschwellige, neue, moderne Ansätze auch Studierende zu beteiligen. Aber es ist sicherlich ein Weg, wo wir auch noch den einen oder anderen Schritt gehen müssen. Interessant. Auf der Hauptstage habe ich vorhin gehört, dass es gestern allein 2000 Zuhörende waren. Also ich habe das Gefühl, ihr strahlt aus dem Elfenbeinturm heraus und die Studierenden, die hier sitzen, lächeln auf alle Fälle sehr zugewandt zu dem, was du sagst. Aljoscha, wenn sich da schon was als Buzz tut im Chat, mischt du dich ein. Ansonsten vielleicht noch eine kurze Frage. Wir haben heute auch ein Speak zum Thema Grundschule. Also wir reden Hochschulbildung. Aber ihr fangt heute auch an, das aus der Grundschulperspektive heraus zu diskutieren. Wie wichtig ist für dich, wenn wir schon bottom-up reden, dort anzufangen? Also das ist ein bisschen auf meine Mist gewachsen, dass wir relativ früh auch gesagt haben, wir müssen Schwerpunkte setzen im KI-Campus. Und einer der ersten Schwerpunkte war eben der Bereich Schule. Weil wir gesagt haben, wir können ganz viel über den Fachkräftemangel sprechen, den wir irgendwann im Masterstudium angehen müssen. Wir müssen jetzt beginnen, Ängste abzubauen, Mündigkeit aufzubauen. Und ich glaube, das beginnt in der Grundschule. Ute Schmidt von der Uni Bamberg, die da heute da ist, ist wirklich die perfekte Repräsentantin dieses Themas. Erklärbare KI ist ihr Motto. Und diese Erklärbarkeit kann eben ganz niedrigschwellig auch schon sehr früh beginnen. Das ist eine Teilaufgabe. Ich glaube, sie ist sehr, sehr zentral. Da geht es nicht nur um KI-Technologien, sondern auch um digitale Technologien im Allgemeinen. Es ist auch nicht immer der Informatikunterricht. Nicht alle müssen Coden lernen in der fünften Klasse. Aber wir brauchen Inhalte in der Schule, die das ermöglichen. Und, das ist mir ganz wichtig als Plädoyer, wir brauchen Lehrkräfte, die damit umgehen können. Ich habe ein erstes Staatsexamen in der Hauptstadt zu lernen. Digitalisierung hat keine Rolle gespielt. Und das ist tragisch. Das ist tragisch. Ich bin danach über privates Engagement zum Digitalthema gekommen. Das darf nicht sein, dass eine Lehramtsausbildung eine Auseinandersetzung mit der digitalen Bildung nicht hergibt. Dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn der Digitalpakt scheitert. Darf ich ganz kurz? Die Frage geht in eine ganz andere Richtung. Aber es interessiert mich jetzt leider wirklich persönlich. Glaubst du, dass wir, wenn wir ein Digitalministerium in Deutschland bekämen, das ist eine politische Frage, ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern kannst. Aber wenn wir das bekämen, dass das ein Teil der Probleme lösen würde, oder glaubst du eher, nee, au contraire, wir brauchen Digitalisierung als Querschnittsthema in allen Ministerien und das wäre genau der falsche Hebel? Meine persönliche Einschätzung hierzu ist, ich glaube, ein Digitalministerium, das die Strukturen in den anderen Ministerien beibehält, wird nicht das Problem lösen, sondern man hat dann eine Innovativ-Einrichtung, die durch alle anderen abgelehnt wird. Das wäre meine Sorge. Deswegen glaube ich, wenn es so etwas gibt, vielleicht auch eher auf der Agenturebene oder auf einer anderen Ebene, darf es nicht damit einhergehen, dass man sagt, dann ist ja das Problem der Ressorts gelöst. Es braucht ressortübergreifende Ansätze. Ob die durch ein Digitalministerium unterstützt werden können? Ja, kann sein. Ich könnte mir eher vorstellen, zum Beispiel ein Wissenschafts- und Digitalisierungsministerium oder Wirtschaft. Da gibt es spannende Ansätze in den Ländern. Ich glaube, rein nur Digitalisierung losgelöst, wird eher noch mehr Mauern, also mehr dazu führen, dass auch Akteure in der Verwaltung mauern. Meine persönliche Einschätzung, ich glaube, das wird zum Beispiel für den Bereich digitale Bildung nicht unbedingt den Innovationsschub erzeugen. Okay, vielen herzlichen Dank für diesen persönlichen Sidekick. Wir kommen zurück mit zwei. Aljoscha, mach diesen hier gerade. Lese ich deine Hand richtig? Ja, du bist ongeschaltet, dann sag mal ganz kurz. Und zeig dich mal. Also wenn wir dich in Persona schon hier haben, in voller Blüte. Ich fürchte, wir müssen noch mal eine halbe Stunde dranhängen an dem Talk. Florian, es kam die Frage, wie definieren Sie eigentlich, Herr Rampels, KI, was umfasst KI? Oh Gott. Okay, die ganz kleine Frage zum Kursvorschluss. Ich gehe wieder. Du gehst lieber wieder. Aljoscha Burkhardt, wie definieren Sie denn KI als DFK? Das ist natürlich, das ist eine total spannende Frage, die wir auch immer wieder im KI-Campus diskutieren und dann, ich habe das, ich habe auch mal selbst einen Online-Kurs gemacht, den ich sehr empfehle, Elements of AI. Da ist eine der Peer-Assessment-Aufgaben eine Eigendefinition von KI und ich bin daran gescheiter. Also ich habe natürlich deine Definition hingeschrieben, habe dann das DFKI gefragt, was ist als deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz eigentlich eure Definition? Und die Antwort war, wir haben keine eine Definition. Wie würdest du denn das persönlich sehen? Ja, es ist wirklich so. Also man muss mit diesem Problem klarkommen, dass man das nicht wirklich fassen kann, KI. Es ist ja einmal ein Gebiet der Informatik, dann sind es verschiedene Technologien, dann sind es immer, immer mehr Anwendungen, die darunter fallen. Es sind ja schon mal drei verschiedene Typen von Dingen, die unter diesen Begriff fallen und ich glaube, aber das braucht es auch nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie dieser amerikanische Richter When I see it, I know it. Ja, also wir können auch darüber reden und es unterrichten, ohne sagen wir mal jetzt wirklich eine im juristischen Sinne greifende Definition zu haben. Aber was ist ganz interessant? Ich würde einen Punkt gerne ergänzen. Für mich ist nämlich immer wichtiger zu sagen, zu betonen, was es nicht ist. Und da gibt es eben diese, glaube ich, die meisten bekannte Ausdifferenzierung von Narrow und Broad AI. Ja, und diese Wahrnehmung, KI ist eine eigenständige Intelligenz, die selbstständig agieren kann, das sind wir noch weit weg von. Auch wenn wir an Themen wie Automated Machine Learning arbeiten, glaube ich, dass das, wovon wir sprechen und womit wir auch eine Auseinandersetzung suchen, eben diese Narrow AI ist ein Thema, das sehr stark auch immer noch zum Beispiel durch die manuelle Dateneingabe von Menschen geprägt ist. Wir haben noch lange nicht eine Zukunft erreicht, in der wir einen Terminator als Bedrohung erkennen werden. Ja, nur aber kurzer Zeitgeg, apropos, was es offensichtlich braucht und ich komme auf eine Anzeige interessanterweise zurück, glaube ich, vorgestern in irgendeiner großen deutschen Tageszeitung zum Thema Regulation und KI, apropos Drohneneinsatz etc. Und ich glaube, Aljoscha, du hast da auch unterschrieben. Genau, ja. Unglaubliche Liste von KI-ExpertInnen. Es waren nicht so viele Frauen dabei, das waren im wesentlichen Männer. Aber es fand ich total interessant, dass ihr wirklich ganzseitig gesagt habt, dort brauchen wir wirklich, also sprengt jetzt unser Thema Hochschulbildung, fand ich aber sehr interessant. Da geht es um autonome Waffensysteme, also autonome tödliche Waffensysteme und das war wirklich sehr schön, weil es auch ein differenzierter Aufruf war. Der sagt jetzt eben nicht, wir wollen rundheraus autonome Systeme ablehnen. Wenn ich die kurze Klammer, die kurze Klammer erlaubt ist, sowas haben wir auch heute schon. Abwehrraketen, die automatisch irgendwelche nichtmenschliche Ziele abwehren können. Sowas gibt es schon. Es geht nicht um die Autonomie als solches, sondern es geht um die Frage, wie die Autonomie ausgestaltet wird. Dass Menschen nie Target sein dürfen von diesen Waffen und dass es eben immer die sogenannte echte menschliche Kontrolle im Hintergrund geben müsste. Das heißt eben nicht, man drückt nur auf ein Knöpfchen, wenn es grün leuchtet, sondern man hat echte Kontrolle über das System. Das waren die zwei inhaltlichen Punkte. Wenn ich die kurz machen darf, das ist eben auch total wichtig. Ja, du erkennst ein autonomes System nicht, indem du drauf guckst, ist es autonom, ist es nicht autonom. Nein, du musst gucken, wie ist es gestaltet worden, wie wird es genutzt. Ja, sind wir wieder bei der Frage der Mündigkeit. Zwei allerletzte Fragen. Wir hatten vorhin den Zeithorizont 20, 30 Jahre. Ich mache ihn etwas kürzer. Du guckst in die Kristallkugel, lieber Florian. Ungefähr in zehn Jahren, was hättest du, was würdest du denn da gerne sehen? Im Sinne aller der Veränderungsprozesse, die mit initiiert. Was ist in zehn Jahren in einer idealen Welt Hochschulbildung anders? Hochschulbildung, ganz einfach. Wir kommen zurück zum Thema KI-Hochschulbildung. Also ich bin davon fest überzeugt, dass auch in zehn Jahren Plattformen wie der KI-Campus nicht Hochschulen als Institution ersetzt haben werde. Aber in meiner Welt ist die Zukunft der Universität, die Blended University Angebote sind grundlegend offen lizenziert. Die freie Lizenz bei Inhalten und Technologien ist der Standard, der auch nicht mehr in Frage gestellt wird. Und dadurch ist Lehre an Hochschulen viel agiler, viel schneller in der Umsetzung, in der Nutzung auch von neuen Formaten, weil ich als Einzelperson nicht mehr alles selbst machen muss, sondern ganz frei kopiere und das ist gut so. Das ist ja fast ein Schlusswort. Allerletzte Frage. Welche Frage treibt dich derzeit wirklich um zum Thema, auf die du noch keine, also du hast auf alles Antworten, aber worauf hast du noch keine? Auf die Frage, welche Zertifikate in Zukunft wirklich funktionieren. Ich hoffe, wir kommen heute zu dem Thema zurück. Ich bin ganz sicher, das Thema Zertifikate wird uns beschäftigen. Vielen herzlichen Dank, lieber Florian. Vielen Dank, Aljoscha. Dich sehe ich gleich nicht wieder, aber Aljoscha später in seiner Funktion. Jetzt freue ich mich sehr, Ihnen die erste Kino-Speakerin heute vorstellen zu dürfen. In den nächsten 20 Minuten geht es natürlich um das Thema KI in der Hochschulbildung und ich darf Ihnen gleich vorstellen, Prof. Dr. Ada Pellert. Dazu gleich mehr in Extenso. Wir machen fünf Minuten ganz kurze mentale Umbaupause und dann geht es um das Thema KI in der Hochschulbildung. Vielen Dank.